Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 4 und heute gibt es keinen Stream, morgen ist der nächste, um 19 Uhr geht's los auf Twitch, ich mach heute nochmal einen Tag Pause und hole mein Wochenende nach und wir sind hier stehen geblieben auch in der Schmeldery und zwar in der letzten Folge von gestern haben wir losgelegt und wir sind mal endlich dabei, jetzt steht schon einiges, ich bin gerade ziemlich viel am Zeug hier durchhauen, wir sind dabei mal die Sachen mit dem Reaktor zu fixen, dass da jedes Mal der Flachsplack wegbackt und ich jeden Tag aufs Neue einen dran setzen muss, zwei Stück hätte ich noch, damit die ganze Zeit der Strom fließt und ich werde ein Cryostabilized Cable machen, also wirklich das heftige Ding hier, Cryostabilized, weil da unendlich Energie durchpasst und ja, würde ich mal einfach machen, dafür brauche ich jetzt noch einen Eimer von dem Gallet Cryothium, ist ein bisschen nervig das ganze Ding herzustellen und so, aber ich brauche einen Melter und muss dann den Cryothium Duster durchfeuern und dann kann ich das in den Eimer reinstecken, so wie es aussieht und ja, um den Melter zu bauen von Nuclear Craft bin ich gerade dabei, Tough Alloys herzustellen, ich war in der letzten Folge stehen geblieben, ich habe das eben mal ein bisschen verschnellert und wir haben insgesamt auch schon zwei Blöcke Tough Alloy, das heißt, ich gieße einfach mal raus, okay, geht mal wieder nicht, das Tough Alloy will die Ingot formen, es will einfach die Ingot formen, okay, dann werden wir jetzt mal kurz ein bisschen stehen und uns die Ingot formen füllen und ich brauche glaube ich 17 Stück, damit ich das alles raus habe, hier wandelt es hier noch das Ferroboron und das Lithium gerade in das Tough Alloy oben hier unten, müssen wir dann sehen, wie so langsam Stück für Stück sich auch die Mischverhältnisse verschieben und so, aber ja, drei Blöcke habe ich schon davon, egal, dann ziehe ich das eben mal raus und wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So, dann bin ich wieder, das sollte reichen von den Ingots her, für den Rest kann ich jetzt, ja, mit der Hand ging es schneller, die Clocks ist manchmal nicht so schön, ich habe ja auch eine Redstone Clock und die ballere ich jetzt mal hier oben dran, damit die Röste nicht rausgehen. Ka-ching, auf was ist das eigentlich eingestellt, 60, na, ist egal, läuft, 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 bis ich das nächste Mal komme, ist weg und hier habe ich jetzt 37 Stück drin, das reicht auf jeden Fall und dann gehe ich hoch zu meinem ME-System, gehe vielleicht nochmal pennen, weil Nacht ist immer doof und dann, ja, craften wir uns den Melter und machen das Ganze mal fertig. Okay, weil wir haben ja kein, leider kein Wireless Crafting Terminal, das ist sehr, sehr schade. Dann Melter, und zwar den hier und jetzt muss ich hier die ganzen Unter-Sachen craften, eins. Jo, ähm, einen habe ich schon mal, zwei, drei, vier. Dann brauche ich, naja, Netherbrick, die sollten wir auch so noch kriegen, aber dazu kommen wir gleich. Habe ich zwar auch gerade nicht, aber dieses Teil hier, dafür brauchen wir nochmal ein Gerät und in der Mitte, ne, warte mal, ich habe sogar schon Netherbrick. Da kann ich das machen und jetzt kann ich den Melter bauen, Warm and Gooey und, joa, wo schließe ich das denn mal an? Soll ich Melter? Generell wird erarbeitet wieder mit Flüssigkeiten, also, äh, irgendwie will ich ihn nicht unbedingt zu den Maschinen an Semi anschließen, aber ich packe ihn einfach mal hier rein. So, jetzt kann ich hier, wie kann ich im Melter das flüssige Cryothium in einen Eimer reinziehen? Weil ich brauche einen Bucket of Cryothium. Also, beziehungsweise, ich kann da mal hier gucken, oh, ja, im Melter, oh, und wie kriegen wir das jetzt in Blöcke? Okay, Salt Mixer, Active Fluid Cooler. Wie kriege ich, vielleicht kann ich, kann ich eventuell, ähm, die Flüssigkeit einfach mit dem Eimer rausnehmen? Oder ist hier überhaupt ein Flüssigkeitsding drin? Also, ich würde das mal testen und ich hole mir auch gerade mal einen Bucket. Ich meine, an das Zeug komme ich ja recht easy ran. Okay, habe ich anscheinend kein Eimer mehr drin. Ich habe auch kein Eisen mehr drin. Ich habe, ah, okay, ich bin ein Crafter, ich wollte gerade sagen. Heh, das könnte er mir jetzt nicht erzielen. Naja, der wird jetzt hier was rausschmieren und dann gucken wir mal, was passiert denn jetzt. Wäre halt geil, wenn wir schon ein Bucket kriegen, aber... Come on, ein Punkt noch. Und... Okay, Shift-Click to Clear Tank. Aber ich kann noch einfach... Okay, pass auf. Ich brauche noch drei weitere und dann sollte das eventuell laufen. Und dann kann ich vielleicht mit dem Eimer das einfach rausholen oder so. Also, das... Na, Shift-Click. Nee, okay, gut. Wie gesagt, wir gucken da mal. Also, ich brauche sowieso einen Millibar. Geht 250 zu wenig. Die drei müssen noch einen. Wir werden es gleich sehen. Ja, bis gleich. Okay, dann, jetzt ist hier einmal ein Eimer durch. Und ich habe ihn bekommen. Wunderbar. Und jetzt können wir uns endlich mal an die Cryostabilized Flakstax machen. Da brauche ich erstmal normale, die leeren. Ja, dann brauche ich da ein bisschen Unterschied. Harte Elektron-Klasse. Oh, ist wieder teurer. Oh, wie lange es dauert, dieses eine Ding einfach nur zu craften. Das ist unfassbar. Endarium brauchen wir. Wir brauchen Redstone und Signalum. Ja, Signalum brauchen wir, um die Dinger zu machen. Dann brauche ich erstmal Redstone. Destabilized Redstone-Buckets. Eine Frage. Kann ich zufällig? Also, erstmal den Bucket rausholen. Dann hätte ich gerne Redstone. Und die Frage ist... Ich bräuchte mal einen automatischen... Habe ich nicht einen automatischen Redstone-Craft? Doch, die ist noch so an drin. Die Frage ist... Kann ich nicht hier im Melter Destabilized Redstone machen? Okay, dachte ich mir schon. Okay, das wird funktionieren. Also, Destabilized... Ich muss auch alle Tears der Kabel nochmal hochcraften, um da hinzukommen. Und vor allem bei dem... Ja, hier bei dem Zeug... Hardened Steel-Glass, Hardened Electrum-Glass, Hardened Inver-Glass. Okay, also Electrum habe ich auch ein bisschen am Start. Das darf ja auch wieder durch die Schmiede gefeuert werden. Electrum kann ich einfach mal ein bisschen reinfeuern. Und ich kann dann... Das auf Obsidian gießen. Ja, das... Können wir machen. Oder halt Signale. Wie gesagt, ich brauche einfach ein Dings. Electrum habe ich irgendwann mal gemacht. So, vor einer Weile ist jetzt egal. Ja, die Kabel... Die sind verdammt teuer. Aber auch verdammt OP, hoffe ich dann am Ende. So, ich kann mal kurz das Ding hier wieder wegmachen. Weil wir haben alles leer gemacht. Dann brauche ich Electrum. Wenn ich sie einfach mal runtergieße... Ich glaube, das ist eine Block, der wird auch reichen. Also... Das passt schon im Wesentlichen. Und dann darf ich mal... Ich kann das aber nicht einschätzen, wie viel wird denn verbraucht. Einfach mal hier so reinlegen. Vielleicht eins pro Obsidian. Für ein Glas. Tja, der Block ist gleich durchgeschmissen. Dann probiere ich mal aus. Wir werden jetzt gleich neun Millibarke drin rummeiern. Also neun Ingots in der Menge. Ja... Ganz knapp. Komm und do it. So, jetzt ist Electrum drin. Neun Ingots. Dann klicke ich hier mal drauf. Ja, und dann wird da daraus Glas. Und ich mir schon dachte, ich kann das mehrfach machen. Hardened Electrum Glass. So, dann kann ich auch wieder reinmachen. Den ziehen. Reinmachen, den ziehen. Also, ich bin mir echt nicht sicher. Soll ich das vielleicht mit einer etwas größeren Produktion mal machen? Glaube schon, dass es vielleicht nicht allzu bad wäre. Naja, gut. Für den Anfang wird es eigentlich reichen jetzt. Okay. Aber das hat auch schon mal funktioniert. Gehe ich mal kurz zum Glas. Und dann... Beziehungsweise das Hardened Electrum Glass ist ja im falschen System. Ne. Der ist ja hier drin. So. Und das kann ich jetzt mal zurück tun. Und zum Craften wird es dann ja sowieso automatisch rausgezogen. Und die Tartalors können rüber. Okay. Dann nimmt man den Teil. Mann. Also gut, aber für die Kabel brauchst du keine allzu krassen Maschinen, glaube ich. Die kannst du halt dann so machen. Cryostabilize. Dann erstmal den. Gut. Die habe ich schon mal. Electrum Ingots habe ich schon mal. Braucht man die Resonant Flux Duct. Dafür brauche ich... Was geht los hier? Zwei Unterstufen von Kabeln. Also, die Stabilize Redstone und Redstone Energy Flux Duct. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, dazu gießen. Alloy Furnace. Im Alloy Furnace würde es auch gehen. Electrum und Obsidian. Aber Alloy Furnace habe ich bisher noch nicht gemacht. Oder... Warte kurz. Doch. Doch. Ich habe doch ein Elektro... Ähm. Ein Alloy Furnace irgendwo schon mal gemacht. Ähm. Okay. Dann mal kurz in M.E. schauen. Aber ich meinte... Na klar habe ich einen Alloy Furnace. Den haben wir doch schon gebastelt. So. Pack ich einfach mal dahin. Zur Abwechslung. Und ich kann auch hier... Obsidian und Elektrum reinschmeißen. Ganz toll. Natürlich mache ich das über die komplizierten Wege. Weil... Geht ja nicht anders. So. Obsidian. Einfach mal ein Stack von jeder Sorte. Und dann ist hier... Flipp, flupp. Den rein und den rein. Und dann genau. Mach hier mal einfach mal der Ofen. Ja. Das ist nicht ganz irgendwie angeschlossen. Aber das ist auch gerade erstmal nicht wichtig. Lag. Entschuldigung. Okay. Jetzt geht es wieder. Manchmal wenn es so ein Lag ist, muss ich auf einen Starten. Nicht, dass die Turnschuhe sich dann verschiebt. Das passiert auch manchmal. Okay. Dann geht es aber weiter mit Signallum und dem ganzen Zeug. Aber... Genau. Mein Bucket mit Destabilized Redstone. So. Komm mal her. Den kann ich doch jetzt auch hoffentlich hier... Oh nein. Redstone. No. Redstone geht weniger rein. Nämlich nur 100 pro Redstone und nicht 250 wie bei einem Ingot. Gut. Dann warten wir nochmal. Okay. Redstone ist durch. Und ich habe hier mein Destabilized Redstone Bucket. Ach du Heilige. Was für eine Odyssee das ganze Ding hier zu craften. Und da kann ich 5 von denen zusammenfrieren. Für einen Redstone Energy Flux Duct. Und weißt du was? Wenn ich ganz ehrlich bin. Feuer durch hier. Ich crafte einfach ein paar von den Dingern. Das geht schon. Und dann im nächsten Schritt brauche ich Signallum. Dafür brauche ich Redstone Energy Flux Duct plus Signallum normal. Signallum bekommt man, indem man auch wahrscheinlich das in der Smeltery herstellt. aus Destabilized Redstone, Silber und Copper. In den Verhältnissen 1 zu 3 zu... Keine Ahnung. Überschlagen 8. Irgendwie sowas. 1 zu 3 zu... Ja, irgendwie sowas. Ich werfe das einfach zusammen und den Rest den vernichte ich einfach in der Schmiede oder so. Und dann brauche ich Copper. So, das mal reichen. Dann Silver. Und, äh, jede Menge Redstone. Gut. Und das darf ich jetzt ebenfalls durchschmelzen. Schon wieder nachts hier draußen ist es noch nicht mehr. Äh, ja. Ich habe jetzt hier ein paar Minecraft-Target reingehangen, das ganze Ding hier zu machen. Aber... Silver. Naja, so viel vielleicht auch wieder nicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal... Silver brauche ich noch einen sehr geringen Teil. Da mache ich mal 8 rein. Äh, oder 6. Dann 13. Und... Redstone. So, Redstone ist schon mal instant jedenfalls drin. Und ja, dann werden da hoffentlich jetzt gleich Signalum draus. Redstone, Silver und das Copper fließt rein. Und das dauert jetzt aber auch wieder ein kleines bisschen, bis sich das einmal durchgemischt hat. Ja. Und jetzt geht hier Stück für Stück Signalum. Einen Block habe ich schon. Sieben Engels. Und mit einem Block können wir was anfangen. Komm mal raus, du Block. Und dann gönne ich mir den einfach mal. Jo, hier entsteht schon ganz gut. Ja. Signalum läuft. Copper ist zu wenig. Kann ich eigentlich auch... die Copper-Essenzen nehmen? Also einfach mal so die Teile und dann hier reinschmeißen. Nö. Hätte sein können. Hätte ja funktionieren können. Aber nicht bei mir. So. Ich crafte aber mal hier einfach durch. Und dann... Ja, man kann es immer Stück für Stück ein bisschen reinschmeißen. Aber Copper ist sehr gut. Wären wir leid. Deswegen schmilzt das Ding wahrscheinlich auch schnell. Aber das ist ja egal. Dann gehe ich mal kurz hier rein. Und wir holen uns hier den Signalum-Block raus. Wir bohren dafür nämlich die Ingots. Und die brauchen wir jetzt fürs Crafting. Alles weitere. Entrümpeln kann ich wann anders nochmal machen. Ich weiß, ich gehe mal kurz nach hier unten. Ich muss nicht unbedingt rein. Aber... So. Jetzt muss ich die Redstone-Energy-Flax-Ducts upgraden. Jetzt habe ich immer schon mal drei Stück rausgekriegt. Und diese muss ich upgraden. Auch mit drei Stück. Plus... Ja, ich sehe gerade schon. Ich brauche ein Endarium-Ingot. Und ein Endarium-Ingot kriege ich Molten-Endarium. Das kriegen wir aus. Resonant Ender, Molten-Platin und Led. Ach du Heilige. Und ich dachte, ich könnte es hier schnell machen. Meine Freunde, wir werden ein bisschen Materialien produzieren müssen. Natürlich können wir hiervon auch Seeds dann später machen. Ich könnte auch Signal-Um-Seeds machen und alles Mögliche. Resonant Ender. Molten-Platinum und Led. Habe ich zufällig Platinum da? Nein, habe ich nicht. Platinum bekommt man, indem man... Nee, Led, Platinum, Alloy nicht. Gibt es normale da. Platinum bekommt man... Da geht es jetzt los. Ohne Platinum geht es nicht weiter, meine Freunde. Crusher von MacGasm? Nee. Und dann Casting... Kann ich irgendwie Platinum so zusammenfriemeln? Das ist kein Alloy, ne? Das muss ich irgendwo her... kriegen. Ansonsten ist schlecht. Also wollten Platinum, kriegen wir schon mal nicht. Hm. Wo droppen wir das denn her? Smelting, Packager, No Casting, Crusher, Energized. Grindstone, Grindstone, Squeezer, Mechanical Squeezer. Okay. Ähm, ja. Ich werde mal gucken, wie ich an das Platinum rankomme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Durch den Laser von Industrial Foregoing. Und ich muss es, ähm, ein paar Biomen machen und dann kriege ich das Platinum Erz raus. Eventuell ist das die einzige Möglichkeit, aber das schaffe ich auch nicht in dieser Folge. Für den Anfang würde ich folgendes mal sagen. Ähm, auch wenn die Strommenge halt begrenzt wird dadurch, aber ich kann ja mal, wenn das nächste Mal wieder ein Kabel fehlt, einfach mal hingehen und irgendein, ja, von zwei Klicken Kabel nehmen. Damit, dann habe ich zwar eine geringere Stromdichte, aber ich muss nicht ständig hingehen und, ähm, also passen ja noch 64 KF pro Tick durch. Und das, ähm, Crystab-List mache ich damit, damit es unendlich F pro Tick durchgeht, aber das Gerät ist teuer. Ich kann auch die Zeit dann nutzen, noch ein paar weitere Sachen zu machen. Signalum Seeds, Enderium Seeds und so weiter und so fort. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich im Livestream und ich bin an ein totes Ende gerade gelangt. Es ist sowas von aufwendig, so ein paar Sachen zu machen. Hat ja auch schon angefangen hier bei, ähm, den Mulch-Craftings und so. So, beziehungsweise ich könnte schon hingehen beim Mulch und mal gucken, was ich da hier schon, na komm schon, ah, nein, zusammen gebastelt hab. Craftable. Also hab ich, hab ich Mulch eingedäugt? Den hab ich nicht, aber ich kann hier schon Substraten, alles automatisch craften. Naja, werden wir den Mulch dann auch noch machen und so weiter und so fort. Übrigens, was auch noch ganz cool ist, ich hab von den 64 KZ, da hab ich jetzt 220, da kann ich ein paar neue, richtig dicke Festplatten machen. Bin grad noch dabei, den Auftrag hier durchlaufen zu lassen, 100 weitere zu produzieren. Werde ich jetzt einfach Tag für Tag einfach laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen und Stück für Stück werden wir unsere Festplatten oben voll kriegen. Natürlich wird das noch ein bisschen dauern, aber, ähm, ja, die Max-, maximal großen Festplatten, ganz ehrlich, ich hab ja viel zu viele. Ich krieg die gar nicht gefüllt mit Max-Size-Festplatten, glaub ich, weil in jeden passen 10 Reihen und eine Max-Size-Festplatte, die ist wahnsinnig riesig und wahnsinnig teuer. Ja, da stecken 10.000 Items drin, um die zu craften. Wir haben ein großes Projekt vor uns, aber, ja, ansonsten gehe ich auch weiter mit der Nether-Star-Produktion im nächsten den Folgen, währenddessen ich jetzt mal die Sache mit den Kabeln noch auf dem Stream verlege. Und hier kann ich dann, eigentlich könnte ich das jetzt eigentlich auch schon machen noch. Ich weiß gar nicht, warum ich die, läuft die ganze Zeit Strom durch, aber, ähm, ich könnte auch eigentlich die ganze, hier, äh, ich hab's halt rausgeholt, mein Wither-Data-Model durchlaufen lassen und der produziert mir jetzt, äh, Nether-Stars. Achso, hier oben ist noch das Pristine-Ding drin. Ja, Wither-Data-Model und von oben Export, Polymer-Clay und den Polymer-Clay, den muss ich einfach automatisch craften. Habe ich von Polymer-Clay eigentlich ein Auto-Crafting? Ich glaube nicht. Ja, Encode-Pattern, machen wir mal Auto-Crafting rein und dann kann ich auch das hier automatisch besorgen. Und eigentlich, im Prinzip, muss ich hingehen, dass die Sachen automatisch gecraftet werden. Ich brauche einen Auto-Crafter, der die Grundressourcen nimmt und direkt, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt da reinlege, muss das hier oben ins Interface reinlegen. Und dann hier reinlegen und dann kann ich mal, hups, einfach mal eben, okay, jetzt ist es wieder nicht drin. Wither-Data-Model brauche ich auch nicht, aber ich kann mal hier ein paar davon machen. Let's go. Es werden einfach mal so spontan 1000 gecraftet. CPU-1, CPU-2, CPU-3. Ja, und daraus werden Mass-Sick-Nether-Sacks, beziehungsweise erst mal Pristine-Wheel-Essenzen, aber die Maschine hier oben läuft. Hauptsache, es läuft. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part und die Sache mit den Kabeln ist komplexer als gedacht. Bis dann, lass krachen und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal.